Der D-Day ist jetzt sieben Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Schmeling. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nicht da... Ach, genug davon. Okay. Was ist mit Louis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Louis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Ey! Sehen wir wieder hier. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ich hab gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freu mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abwarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Okay, erstes Batou. Wir rücken ab. Na los! Na los! So eine Wunde ist erst in acht Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist ein feuchten Dreck wert. Das geht Ihnen gut, hm? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Krötzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Gut festhalten! Irgendeine harte Fort! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los! Na los! Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Passerin-Pass. Hat meinen Freund verloren. Ja, brachte ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Ja, musst du so streng sein. So eine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfahrt. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versüge. Ich hab wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkollern. Ja, langsam kapierst du es. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um's zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Scheiß, futtern! Du hast grad gefuttert! Scheiße auf Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hä? Wir hatten keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemand, das so... Nur ein Deutscher. Daniel zahlt recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart... Marlene Dietrich. Gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop... Frankfurter... Der macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher! Vor allem die Stungas! Scheiße! Wir müssen unsere Schermans beschützen. Das ist Blackfeuer, was wir da hören. Wir müssen eine ihrer Kanonen einnehmen und diese Stukas runterholen. Drücke vor! MG ist in ihr Scheune! Schreisse! Alle runter! Alle runter! M-G ist in ihr Scheune! Rampierst die links und recheln! Los, 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 los! Sie gehen auf eine Deckung. Na, na, na! 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 Los! Malta! Feier! Sie geben nach der Deckung! Die sind hergeschossen! Indigate auf der Deckung! Arme! Volltreffer! Inged in die stripung! Sind sie weg? Unter! Carne Chins! Sie setzen Sie! Hundredниц! Ah! Was ist das? Sie gehen aus der Deckung! Sie gehen aus der Deckung! Sie gehen aus der Deckung! Zuweiten Aktivitäten! Jetzt erledigt! Mit mehr geschossen! Verdehung! Verdehung! Er bricht aus der Deckung! Mit mehr geschossen! Verdehung! 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 Kasten! Hinten sehr! Sie kommen aus dem Norden! Kontakt! Hör mal! 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 Kontakt! Sicher! Scheude ist sicher! Auf die Felder! Wir müssen zu unseren Panzern schlussen! Ich könnte Munition gebrauchen, Sir. Das ist für Sie, Private. Drück und Feuer! Das ist für Sie! Er bricht aus der Wirkung! Ich bin leer, färbeldach! Direkt vor uns! Weitriff, nachladen! Deutsche Bewegung, Bewegung! Ja, wir müssen nach vorne! Ein Deutscher! Wir sehen uns! Voll in die Rübe! Gewehre bereit machen! Wir sind eingeschossen! Lade nach! Abitent sie hier! Rechtser Seite! Sie retten von Norden vor! Gehne nach! Weitriff, um zu fliehen! Immer weiter! Gehne nach! Gehne nach! Wir sind eingeschossen! Ich brauche mehr Munition, Sir! Das ist für Sie, Private! Verwandkasten Daniels! Gehne nach! 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 Flach! Feuchern wir die Krautversorgung und helfen unseren Panzern! Ein Leer geschossen! Lade nach! Einfach! Leer für dich! Lassen Sie sich an ihn! Komm fortan! Hör los! Hör los! Hör los! Schalten Sie Stukas mit der Flach aus! Die Bomber machen unsere Panzer fertig! Schalten Sie sie aus! Da kommen Sie! Zwei Uhr! Das sind unsere Flugzeuge! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Der Flach auf! Elf Uhr hoch! Ziel zerstört! Ein Uhr! Noch nicht! Drei Uhr! Unterschossen der hier! Direkte Treppe! Ein Uhr! Hoch! Das sind zu viele! Konzentriert! Ein Uhr hoch! Das waren alle! Gut gemacht, Daniels! Hey, das ist Perez! Hey, Perez! Alles okay? Meine Kumpel Mills hat's in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Pax geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay. Pearson, führen Sie Ihren Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Pax. Ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir! Daniel, Jasmine. Sie kommen mit. Na los! Perez sagte Pax 38er, oder? Was sind das für Dinger? Was sind das für Dinger? Deutsche Artillerie! Panzerkiller! Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das hab ich mich auch gefragt. Eine von uns an. W 47. Verdammt! Wär ich nur schneller an der Flak gewesen. Mach dich nicht fertig. Das sind Zivilisten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Sag bloß, wir kämpfen hier gegen Nazis. Feldstecher raus! Da sind Perez und die Jungs. Die fahren direkt in die Hölle. Wir müssen die Pax-Schützen ausschalten. Wir müssen die Pax-Schützen ausschalten. Ich brauche ihre Position. Ich brauche ihre Position. Bei den Pisten. Die erste Faktmannschaft ist erledigt. Die lehren sich aus dem Norden. Beide Pax-38, die Pax-Schützen erledigt. Unsere Pax-Schützen ausschalten. Kümmern wir uns an den Rest. Dann drückst du den Gräben. Los, Jens! 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 Kümmern! Jens! 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 Bewegung! 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 Bewegung Er ist erledigt! Er ist erledigt! Halt auf die Deutsche auf! Getrennt! Links um, als Tücher! Es gibt die 2.40 Nennfeuer! Rechte Seite! Feuer! beastsam! Bei den Westen! Reisiges Maschinen-Geneer! Aus den Süden! Sehne ك~? Ladet aus! stranded 50! Outrodukt! Super! Achtung! Alle hier zerstören! Wir können nicht vorwecken, bis diese Pack 38er zerstört sind. Zum Kürr-Restaurant und schaltet die Besatzung in der Pack 38 aus! An alle Panzer! Wir haben nicht zu einer dieser Scheunen! Wir haben nicht zu Kassel! Es ist das, Amerikaner! Alles klar! Wir haben für Granate! Feuer eröffnet! Geil auf! Genki! Feuer! Genki-Granate! Feinde! Werfen wir in die Granate! Von von Südosten! Werfen wir in die Granate! Bewege! Bewege! Na los! Na los! Feuchtliche Truppen! Wir gehen jetzt wieder an gegen den Kürr-Restaurant. Von 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 außen! Ziehen her und sich aus dem Norden! Werfen wir in die Rüge! Ungeschränkt nicht! Man dreht ihn doch! Der Bannkasten ist hier! Nichts! Wir haben hier ein Gewehr mit Zielfernrohr und schalten diese Pucks aus! Geh rüber damit! Dann schieb ich nicht! Ich bin krachisch! Ich bin krachisch! Geht das nicht von der Kürr-Restaurant! Oh! Rücksicht! Weiß ich hin! Daniel, schieß auf die Munition! Wir packen das mit der Kanonen! Schieß auf die Munition, Kumpel! Daniel, schieß auf die Munition! Schieß auf die Munition! Schieß auf die Munition, Kumpel! Schieß auf die Munition, Kumpel! GANIELS! Schieß auf die Munition um die FAK-8-Greischen der Granonen! GANIELS! Schieß auf die Munition! GANIELS! Weiter so! GANIELS! Schieß auf die Munition! 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 GANIELS! 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 Schieß auf die Munition! GANIELS! 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 Zuhören! Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los. Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner. Ja, Sir. Scheiße. Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Perez! Wir sind folgt Ihnen mit dem Trupp. Geht nicht. Wir haben Befehle von Collins. Wir gehen mit der Elften nach Westen. Verdammt noch mal. Den Jungs, da läuft die Zeit davon. Ihr macht es allein. Nehmt die Jeeps und los. Schnell! Alles klar. Dann mal los. Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier. Na los! Dann wo geht's nach Marigny? Folge dieser Straße. Es ist das übernächste Dorf. Steine Turke voraus. Sachte! Die Straße gartet nicht nach vorn. Sie laufen genau auf die Charlie Company zu. Wir müssen vor Ihnen da sein. Fahrsichts! Achtung! Sachte! Schnell! Deutsche Brotk! Treuzer! Leicht! Leichtfuß! Hör! Panzer voraus! Hör! Nein, du! Das war knapp! Für den Schuss! Wir brauchen Unterstützung! Wir sind festgenagelt! Pass nach, Westfalen! Rücken raus! Roland! Wir haben die Hörde aus! Hörde aus! Falt nicht mehr lange durch! Echt! Mann! Scheiße! Das Mann! Nimm das Schlenkrad! Ich übernehme das MG! Ich bin dran! Feindliche Jeeps! Leute Jeeps! Ich bin auch froh! Falls nicht mehr lange durch! Ja, die Zähne ist auf uns! Die Straße ist dicht! Das ist eine Öffnung! Festhalten! Warten Sie zum Rumpen! Aus auf der rechten Seite! Direkt voraus! Schalt ihn auf! Es passt da! Festhalten! Charlie kommt an! Die Katerin ist da! Die sind überall! Da kommt mehr! Nach links drehen! Nach links drehen! Nicht nachlassen! Wir achten nicht drauf! Weg gehen! Zurück! Auf den Rest her! Auf den Rest her! Auf den Rest her! Auf den Rest her! Also! Auf den Rest her! Danke fürs pünktliche Erscheinen. Danken Sie, Captain Davis. Das war sein Befehl. Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Denn jetzt, passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer. Mach ihn nie bei Sonnenaufgang. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sassmans Seite stehe. Es schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Welle gekämpft haben. Man sollte meinen, dass Pearson Rücksicht auf ihn nehmen würde. Falsch gedacht. Falsch gedacht.